Mohamed ist ein deutsch-türkischer Sänger. Seine Musik verbindet arabeske Elemente, orientales Cher-Pop-Musik und aktuellen RNB. Daraus hat sich eine eigene Musikrichtung entwickelt, der RNB. Seine Liedtexte sind deutsch und türkisch. Leben Mohamed wurde als Kind von seinen Eltern musikalisch gefördert. Zusammen mit seinem Bruder begann er im Alter von etwa elf Jahren zu Hause Lieder aufzunehmen. Die Brüder nannten sich Kanakengolabo. Zusammen mit seinen Produzenten Ünal Yüksel und Volga Tamöz begann Mohamed ab Sommer 2005 an seiner Musikkarriere zu arbeiten. Der Durchbruch gelang ihm am 18. November 2005 mit der Single »Sie liegt in meinen Armen«. Noch vor der Veröffentlichung eines Tonträgers wurde der Song insbesondere bei türkischstämmigen Immigranten in Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern populär. Nach der kommerziellen Veröffentlichung der ersten Single im November 2005 stieg diese in die deutschen Charts ein. Sein Debütalbum mit dem Titel »RNB-esk« erschien Ende April, nachdem zuvor die Single »Ich will nicht gehen« veröffentlicht worden war. Im Jahr 2006 war Mohamed auf Trendsetter, dem zweiten Album des Rappers Fleur, mit einem Gastpart vertreten. Der Song wurde unter dem Titel »CUS Jungen« als zweites Single veröffentlicht und von Paul NZA produziert. Mit Paul NZA arbeitete er nochmal 2007 an der Singleschau hin. Am 6. Juli 2007 trat Mohamed beim Sommerfest des Bundespräsidenten Horst Köhler vor 3.800 Gästen auf. Ende August 2007 erschien die gemeinsam mit dem Ripper Alpagan aufgenommene Single »Verbotene Liebe«. Im gleichen Jahr kamen drei Lieder, bei denen Mohamed eine Beteiligung zugeschrieben wurde, wegen der Inhalte in die Kritik. Mohamed gab an daran nicht beteiligt gewesen zu sein. Mohamed nahm am 12. November 2007 zusammen mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, dem französischen Außenminister Bernhard Kuchner sowie anderen jungen Künstlern den Song »Deutschland« auf, mit dem für ein welthoffenes und tolerantes Deutschland geworben werden soll. Im Zusammenhang mit dem Auftritt machte die Anschuldigung der Journalistin Esther Shapira. Mohamed habe ihr gegenüber den Mord an Theo van Gogh gerechtfertigt und gesagt, auch Ayaan Hirsi Ali würde den Tod verdienen, Schlagzeilen. Der Sänger hat die Anschuldigungen zurückgewiesen und sich von den angeblichen Aussagen distanziert. Im Juni 2009 erschien das Album im Selbstverlag. Am 1. Januar 2011 erschien sein Album »Mele Claire Zahid« auf seiner Homepage. Mohamed beteiligt sich aktiv bei der deutschen Knochenmark-Spender-Datei. Discografie, Album-Singles Filmografie, 2009 N-Wett, Ich will.